Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Ja, wir spielen ja wieder dieses Spiel. Und wir wollen ja den ICE hier raufsetzen. Von Hamburg aus nach Berlin, nee, nach München. Ich bin mir nicht alles täuscht. Und dafür brauchen wir aber erstmal ein Depot. Ein Depot finden wir hier. Äh, da. So, wie das? Oh Gott, ist das groß. Hm, nee. Machen wir das hier so hin. Und da oben sind die auch gleich. Machen wir das in Hamburg. Machen wir das hier so hin. So. Und dann ab ins Gleis rein. Ich weiß, es kam schon lange, ich kann den Spot wieder mehr. Vor zwei, drei Tagen. Also, erstmal wieder das Gleis suchen. Das 600. Machen wir von hier. Und dann kann ich das hier nochmal machen. Dann. Jetzt, ich muss mir nochmal machen. Zwei Gleisig-Signal haben wir ja schon gesetzt, das ist dann Hamburg-Gereck-Gereck-Gereck-Gereck-Gereck-Gereck-Gereck-Gereck-Gereck. So, dann kaufen wir mal den ICE. Hallo, Spiel. Bitte, der stößt nicht ab, Alter. Äh, dann suchen wir mal, ich such dir mal elektrisch. Genau, das ist der ICE 1. Wir möchten aber gerne den ICE 4 haben. Da, hier ist der ICE 4. Mit zwölf. Ich müsste von der Länge her passen. Äh, davon nehmen wir mal zwei. Und ziehe eins, finde ich nicht. Machen wir den hier. Davon auch mal zwei. Und dann noch den ICE 2 noch zweimal. So. Danke. Dann kommen die da auch schon raus. Wir fahren natürlich mit. Habe ich ja im letzten Video auch gesagt. Ach, schön. Ach, die Sonne blendet da so. Ach. Schön. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller rauslaufen. Wir fahren mit dem ICE 4 mit. Habe ich mir gerade so beschlossen. Und, ja. Aber wir können nochmal eben ein. Sie sind nah. Die fahren da raus. Der rechten. und nehmen wir mal so ein fahren wir nämlich mit dem mit der fahrer ist ja ganz dreckig hallo das drehen ich lass meinen schneider laufen damit er raus kann jetzt habe ich ganz wichtiges vergessen der muss ja rüber jetzt kann der nicht fahren der muss ja da rüber ich mach ein depot raus jetzt gibt er aber gas und wir haben eine neue mod die zeige ich euch gleich mal die machen wir zwar noch nicht gleich aber und dann wird das und dann wird Gucken wieviel der schafft, jetzt gehts erstmal in den Tunnel, der Quillan, der Führerstandsfahrt, auch sehr cool gemacht, oh die Leute sind man dreckig, Alter, oh Gott, oh Gott, 191 und 192, also 200 werden wir erreichen, schön, die Mitfahrten sind nicht so tief, Gucken wir mal, ein guter Kollege, jetzt musst du abwenden, wir steigen hier um, ich steige mir aber aufs Dach, ein bisschen zurück, ach, da dreht sich die Kamera, jetzt kommt natürlich wieder eine Autosale, wir kennen es, schön, die Grafik, schön, dass man PC das schafft, schön, dass man hier rein geht, passt die überhaupt von der Länge, 5, 5, 5, ja, wieder recht kurzfristig, wir gehen mal hier raus, oh, der kommt aber noch auf das Blei, ne, Oh ne, ich muss die Weiche früher machen, so, weil der nicht, das ist nicht, muss darüber, das heißt, dass er jetzt eigentlich rüberkommt, muss ihm eine andere dazu, guck mal, dann können wir mit dem nochmal eben kurz mitfahren, vielleicht wissen wir, wie das im anderen Badenhaus aussieht, und der droht, ach, der muss, der kann fahren, schick hier, so, und genau, wir haben eine neue Mod, bei Asset, hier, haben wir Wohnmobile, und die Asset dazu, Wohnmobilwagen, Zelte, Liegestuhl, Planschbecken, und alles mögliche, ein paar Autos, Das ist neu, Das ist neu, Oh mein, kenn ich nicht, auf jeden Fall, Das haben wir neu, ich würde sagen, schwebt die, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020